Herzlich Willkommen zum heutigen Video im besinnlichen Weihnachts-Videokalender. Heute führen wir gemeinsam eine kurze Meditation durch, wo wir nach innen gehen, um zu versuchen, bestimmte Qualitäten, die der Sonne zugeordnet werden in der indischen Astrologie, auf eine andere Art und Weise von innen her zu erfahren. Und vielleicht bekommst du Inspirationen, Bilder, Visionen, Ideen, wie du deine Sonne im kommenden Jahr, in 2019, stärker oder überhaupt erst einmal zum Ausdruck in deinem Leben bringen kannst. Doch bevor wir gleich die Augen schließen und nach innen gehen, bitte ich dich erst einmal, dir diese wunderschöne untergehende Sonne über dem Meer untergehende Sonne zu betrachten, dich schon mal auf der äußeren Ebene auf die Sonne einzustimmen, wie sie leuchtet, wie sie strahlt, was für eine Kraft und Helligkeit von ihr ausgeht. Licht, Licht verbinden wir mit der Sonne, Wärme, Wärme, Leben, es würde nichts existieren, wenn die Sonne nicht da wäre, um alles zu beleben. und vielleicht bevor du deine Augen schließt, atme noch zwei, drei Mal tief ein und aus, noch einmal tief ein und ausatmen, und ein letztes Mal tief ein und tief ausatmen. Ich hoffe, du sitzt schon ganz bequem, lass alles abfallen von dir, egal, was du vorher gerade getan hast, diese kommenden fünf Minuten gehören ganz alleine dir, und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen, natürlich nur, wenn das geht, wenn du nicht gerade beim Autofahren bist, und wenn du deine Augen geschlossen hast, schau mal, ob du die Sonne immer noch, teilweise, auch wenn nur verschwommen, die du gerade beobachtet hast, auf dem Foto, noch wahrnehmen kannst, oder dir zumindest vorstellen kannst, lass die Eindrücke von dem Bild noch nachwirken, und du bist ganz, ganz entspannt. Und nun stelle dir vor, in welchem Bereich du in 2019 für dich eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen willst, schau, was als erstes hochkommt bei dir, schau, ob du ein Bild hast, oder eine Idee, was zeigte sich als erstes, wo ich das gesagt hatte, bleib bei diesem Impuls, bleib bei diesem ersten Eindruck, und jetzt gehe sogar ein Stück weiter und frage dich, wie soll es konkret aussehen, wenn du in dem Bereich, der dir gerade gezeigt wurde, mehr Verantwortung übernehmen sollst. Hast du wieder ein Bild bekommen, oder dir etwas vorgestellt, oder eine Idee gehabt, oder eine Idee gehabt, nimm es einfach, symbolisch, das, was du jetzt bekommen hast, und stecke es in die Tasche, die du in deiner Hand hältst, und so wirst du es auch auf alle Fälle gehalten daran erinnern. Und jetzt stell dir vor, du gehst auf einen Weg, links und rechts von dir wunderschöne Wiesen mit grünem Gras, und in der Ferne leuchtet die Sonne ganz warm, angenehm, es ist hell, es ist ein Feldweg, und du bewegst dich auf diesem Weg, auf die Sonne zu, und in deinem Geist richtest du dich darauf aus, dass die Sonne dir ein Geschenk gibt, je mehr du dich auf sie zubewegst, und zwar beschenkt sie dich mit einer Inspiration für das kommende Jahr 2019. Im Vertrauen schreitest du auf die Sonne zu, und du weißt, dass zum richtigen Moment sich diese Inspiration für 2019 sich bei dir zeigen wird. und damit du auch Ruhe hast, um diese Inspiration zu empfangen, werde ich jetzt diese Meditation beenden, in dem Sinne, dass ich jetzt ruhig bin, doch führe du selbst sie noch ein paar Minuten durch und gehe, gehe immer auf diesem schönen Weg vor dir, die wundervolle, leuchtende Sonne, bis du deine Inspiration für 2019 umfangen hast. Und dann Vielen Dank. Vielen Dank.